So, hallo, jetzt geht's weiter mit einer ganz rationalen Funktion vierten Grades und wir wollen dazu eine Funktionsuntersuchung, eine sogenannte Kurvendiskussion machen. Wir wollen durch die Kurvendiskussion die Skizze annähernd darstellen können, um nicht eine ausführliche Wertetabelle machen zu müssen. Okay, die Nullstellen. Das heißt, wir brauchen eine notwendige und hinreichende Bedingung und die haben wir mit f von x ist gleich 0. Das heißt, wir nehmen den Funktionsterm 0,5 x hoch 4 minus 4x² plus 6 und setzen den 0. Jetzt muss man überlegen, x hoch 4 kann man natürlich alles mit dem Taschenrechner lösen, das ist klar. Aber wie löst man so etwas ohne Taschenrechner? Wir erkennen, hier ist x, hier ist x, aber hier ist kein x. Also ist x ausklammern, kommt schon mal nicht in Frage. Hier erkennt man jetzt aber x hoch 4 und x² und es gibt kein x hoch 3 und es gibt auch kein x. Und das ist immer ein Zeichen für eine sogenannte biquadratische Funktion. Und da gibt es einen besonderen Trick, um so eine Gleichung dann zu lösen. Und zwar durch Substitution. Substitution heißt auf Deutsch Ersetzung. Und was ersetzen wir? Wir ersetzen einfach x² als z. Das ist hier unser Trick. Das heißt, aus x hoch 4 wird dann z². Also können wir schreiben 0,5 z² minus 4 aus x² wird z. Hier ist ja kein x mehr, also bleibt die 6 einfach bestehen. Und wir sehen wieder, wir haben eine quadratische Gleichung. Also Kurvendiskussion heißt Gleichungen lösen. Biquadratische Gleichungen, hoch 4 Gleichungen, hoch 3 Gleichungen, hoch 2 Gleichungen, lineare Gleichungen. Da muss man wirklich ganz, ganz sicher sein. Um die piqu-Formel machen zu dürfen, müssen wir es mit 2 multiplizieren, damit vor dem z² eine 1 steht. Minus 8z plus 12 ist gleich 0. Jetzt dürfen wir die piqu-Formel anwenden. Z12 ist gleich. Denn wir wollen ja jetzt z ausrechnen. Minus p halbe. Also wird das zu plus. 8 halbe ist 4. Plus minus die Wurzel aus. Das, was da vorne steht, quadrieren. Minus q. Das ist unser q. Also ist es minus 12. Damit ist z1 4 plus Wurzel aus 4. Und Wurzel aus 4 ist 2. Und z2 ist 4 minus 2. Also 2. Jetzt ist aber ganz wichtig, die Rücksubstitution. Denn wir wissen ja, unser z ist jetzt unser x². Also x² ist gleich z. Wenn wir jetzt hier die Wurzel ziehen, müssen wir daran denken, dass wir immer plus minus die Wurzel ziehen, dann bekommen wir aus jedem z also zwei x-Werte. Das heißt, aus unserem z1, wenn wir da jetzt die Wurzel ziehen, dann ist x1 ist dann plus Wurzel aus 6 und x2 ist minus Wurzel aus 6. Aus dem zweiten z-Wert bekommen wir auch zwei x-Werte. x3 ist dann plus Wurzel aus 2 und x4 ist minus Wurzel aus 2. Das heißt, wir haben vier Nullstellen. Geht sowas überhaupt? Also muss man sich natürlich auch immer fragen. Natürlich, eine ganz rationale Funktion vierten gerade ist, hat maximal vier Nullstellen. Gucken wir uns den Graphen mal ungefähr an. Dann sehen wir, sagen wir mal, hier ist 1 und hier ist auch 1. Hier ist die x-Achse, hier ist die y-Achse. Auch wenn es nur eine kleine Skizze ist, bitte immer sorgfältig beschriften. Das heißt, wir haben jetzt eine Nullstelle bei plus Wurzel 6. Wie groß ist Wurzel 6 ungefähr? Wurzel 4 wäre 2, Wurzel 9 wäre 3, also muss das hier irgendwo dazwischen liegen. Minus Wurzel 6 entsprechend auch. Plus Wurzel 2 ist ungefähr 1,4 und minus Wurzel 2. Das sind unsere vier Nullstellen. Die Nullpunkte dazu heißen jetzt N1, Wurzel 6 und 0. Wenn euch das mit der Wurzel komisch vorkommt, dann gebt in den Taschenrechner einfach den exakten Wert ein und dann habt ihr ungefähr eine Kommazahl, die ihr natürlich genauso hier dahin schreiben könnt. Wurzel 2 und 0 und N4 ist dann Minus Wurzel 2 und 0. Das sind jetzt unsere Nullpunkte. Wenn wir den Graphen jetzt zeichnen wollen, dann hat eine ganz rationale Funktion vierten Grades immer ungefähr, also jetzt mal ganz unmathematisch ausgedrückt, vier Schlenker. Das bedeutet, wir gehen hoch und runter und hoch und runter. Ob der Graph jetzt so aussieht oder ob er so aussieht, das wissen wir noch nicht. Das kann man entweder durch das Ausrechnen von ein paar Funktionswerten rausbekommen, aber ich mache es immer gerne, indem ich mir einfach die großen x anschaue, also zum Beispiel die 100 einsetze. Und wenn ich 0,5 mal 100 hoch 4 rechne, dann lande ich bei einem positiven Wert. Ein positiver Wert für 100 heißt, ich komme von hier ganz oben aus dem Positiv-Unendlichen. Dann muss ich natürlich hier entsprechend einen Schlenker machen und jetzt verrät uns die Funktionsgleichung doch noch was, denn die plus 6, die verrät uns, dass wir hier den y-Achsen-Schnittpunkt bei plus 6 haben. Und dadurch weiß ich natürlich auch genau, wie ich jetzt hier hier muss ich wieder runter, hier wieder hoch und das ist der Graph von f. Jetzt seht ihr natürlich ein bisschen ungenau bin ich natürlich noch hier bei den Extremstellen und wir erkennen eine ganz rationale Funktion vierten Grades, hat also maximal vier Nullstellen, hat maximal drei Extremstellen und hat maximal zwei Wendepunkte. Die Wendepunkte befinden sich immer zwischen dem Hochpunkt und dem Tiefpunkt. Genau, aber das erkläre ich euch im nächsten Video, wenn wir dann die Extremstellen berechnen und auch die Wendestellen. Okay, das war's und viel Spaß! Ja, das war's. Ja, denn jetzt haben wir alles.